Willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit dem Rekurs und dem Sellers in meiner Wenigkeit. Hi! Hallo! Hallöchen! Jetzt konzentrierend. Ich versuch's. Wir waren gut in den letzten Malen, also... Hoffentlich geht's mal gegen andere. Oh mein, das ist ein Ding. Aber nicht nur, dass der hier ist wieder, oder? Ja, der Pizzaboy hat sich verabschiedet und dann haben wir den Young OG 06. Okay, ich bin hin. Mach dir nix. Müssen sie ja nochmal. Fertig machen. Oh meine Güte. Ich glaube, ich schieß gleich eine Tüte. Alter, ist das hell hier. Ja, eklig so als Vampir. Irgendwie schon, ne? Kurz vor Ende des Streams. Oh Gott. Ich darf doch wach werden hier. Den krieg ich nicht. Aber Rekurs kriegt ihn mit seinem Prachtkörper-Auto. Ein geiles Auto. Rrrr. Rrrr. Mit seinem Rrrr-Auto. Es tut mir leid, dass du nicht mit uns zu schießen. Ja, ich wollte den Ball, bevor die drauf schießen, ihn locker zu dir hinspielen. Das war tatsächlich fast absichtlich gewollt. Oh, sorry, Sellers. Der Typ macht das schon wieder die ganze Zeit. Er macht mich die ganze Zeit platt. Gommes. Na ja, egal. Ja, ich habe Sellers erst behindert, damit der Gegner verwirrt ist. Ja, genau. Soll ich alles deinen Planen? Das wusste ich ja. Ja. Nochmal zum Sichergehen hinterher. Ja. Ach, schön. Ja, los. Soll ich erstmal hinten bleiben, einen Angriff, oder? Nö, nö. Achso, du bist hinten, okay. Ich sage dir das, wenn ich irgendwo außen bin, sage ich dir Bescheid dann schon. Jo, wir warten erstmal, was die hier so schönes machen. Erstmal den Ball gefährlich vor das eigene Tor bringen. Das ist schon mal gut. Oh, der ist schön. Der ist drin, oder? Nein! Ah, Gott. Doch, wie haben die das rausgekriegt? Rikos. Sauber. Oh, Rikos. Der hat doch gelauert. Gelauert hat er. Ich wäre auch fast dran gekommen, aber dann, naja. Oh, da kommt der. Oh, ja. Unschaffbar. Ist der Gegner schon mal demoralisiert? Ich bleib hinten, Zellos, fahr du ruhig. Okay. Boah, wie schießen die denn so gut? Boah, fällt uns drei angegeballert. Perry, ich gebe dir einen Tipp, wenn du ganz vorne bist, gib doch den Turbo da rein in den Ball. Nein. Doch. Ja, das wäre schon ganz gut, weil sonst könnt ihr halt frei aufs Tor schießen. Genau. Und dann braucht es niemanden wundern, dass die so eine schöne Schussbahn kriegen. Ja. Viel zu lernen du noch hast, junger Paderwan. Ja. Ich weiß. Aber ich will doch nicht lernen. Ich will doch nur spielen. Ich will ein echter Junge sein. Doch nur spielen. Hast du ein echter Junge sein? Oh, Zellos ist ja fast ein cooles Eigentor. Ja. Geworden. Ja, lass ruhig, lass ruhig. Ich mach. Ja, ich bleib, ich bleib. Ich geh nur an die anderen ran. Ja, der kommt vor. Alles gut. Ja, alles gut. Irgendwie sind die schlechter als die im Paar davor, oder? Ja. Ja. Bei dem Start, den wir hingelegt haben. Oh, der kommt, oder? Der kommt, der kommt, der kommt. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Schleich nicht mal unauffällig vor das Tor, um gleich abzustarben. Na. Ach, ich sollte schon den Ball treffen. Wäre auch ein Vorteil. Ja. Juhu. Mach ich. Läuft eigentlich keine Musik im Hintergrund. Ist voll scheiße, oder? Das läuft nur, wenn man ein Tor macht. Ja, dann warte. Dann schieße ich gerade eins. Mach mal bitte eins. Voll, voll leise hier. Oh, ist doch so ruhig hier. Ja, gut. Ja, wobei es so gut war da auch nicht. Oh. Oh. Alles gut. Oh. Wir sind zwar auch nicht gut, aber die sind einfach schlechter. Und wir haben Glück. Und wir sind relativ safe hinten. Ja. Wenn man den nicht gerade sagen kann. Ja. Aber Rikos hat noch reingemacht. Super, Rikos. Dankeschön. Der Schubser, den habe ich gebraucht. Danke. Sehr schön. Guck, wie ich noch schön an den Pfosten schieße. Ja. Oh. Oh. Perfekt. Oh, schön war das. Sehr schön. Ich bin hinten. Alles klar. Hat 3 zu 0 im Moment. Ja, läuft. Perfekt. Läuft. Läuft. Ging die können wir gerne nochmal spielen. Wobei dieser Jingle Bob oder wie der heißt ist schon ganz schön scheiße. Noch beschissener als ich fast. Der Yang hat auch gerade das Spiel verlassen und es ist da irgendein anderer reingekommen. Der war komplett demoralisiert. Ja, wäre ich aber auch. Natürlich gegen uns. Keine Frage. Oh Gott. Bist du noch, als wir einmal gegen diese richtig krassen Freaks gespielt haben und irgendwie 6-1 verloren haben? Das war übel. Oh, das war echt gemein. Das war echt gemein. Ich kann nicht ran. Ich habe alles getan. Das habe ich schon eine Winkler verkürzt. Ja, du hättest ihn ja fast gekriegt. Also von daher. Ja. Ich bin gerade nicht hinten. Lass uns aufpassen. Mhm. Oh, der kam einigermaßen. Nein. Ach der. Ja. Ja. Der kam gar nicht so schlecht, aber. Der kam gut. Der kam gut. Ach Gott, da kommt Pfosten aber, oder? Ja. Von meiner Sicht aus. Hast du Barry? Ja. Ja. Ich finde es echt schwer, den Ball so zu treffen, dass er gezielt in die Richtung fliegt. Das ist... Ja. Teilweise echt nicht so einfach. Oh. Ich gehe nicht ran, weil ich sonst behindern würde, glaube ich. Ja, noch 30 Sekunden normalerweise. Ach, das stimmt. Ja, ich weiß. Karma und so. Ich, ich weiß nicht. Also... Äh, LOL. Ist keiner im Tor? Weil ich vorstoßen musste und dann wenden musste. Dann sagt wenigstens was. Ich habe das nicht mitbekommen. Ah. Da kannst du jetzt nicht... Zellos übelst genervt. Seid ihr sicher, dass ich im Tor bleiben soll? Nur, bis ich den ersten Ball gespielt habe. Ich mag kompetitive Spiele nicht. Wieso? Hier geht es doch um nichts. Du kannst, du kannst Barry. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Geht aber trotzdem 3 gegen 3. Ich mag das nicht. Oh Gott. Oh, war das knapp. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Eieiei. Oh Mann. Woof. Yeah. Ich drehe mich im Kreis. Ist das denn? Yo, letztes Gefecht für heute. Letzt Rommel. Ja. Wir haben zu 40 gespielt gegen uns. Ja. Definitiv. Rekos muss noch bereit machen, glaube ich. Habe ich da oder? Achso, ich habe auf Revanche gemacht. Ne, du hast nicht auf bereit. Ja, ich hatte erst Revanche gedrückt. Ich dachte ich habe auf Revanche gedrückt. Ah, das eine schließt das andere nicht ein. Korrekt. Ist ja ein cooles Level. Ja. Puh. Sind das die gleichen wie eben ja, ne? Ich habe die Namen nicht gemerkt. Teilweise. Teilweise. Ne, die sind alle neu oder? Sagen wir gerade alle nichts. Autsch. Schön Zellos. Jo, schnapp. Staub mal ab hier. Das ist nicht der Ernste. Wie der wird abgestaubt. Ja, das kann ich halt. Ja doch. Einfach wenigstens verlassen. Den Treffer den er machen muss. Das ist das Abstauben. Und das kann er auch. Ja. Das ist meine große Fähigkeit. Alter Lachs ey. Das ist eine geile. Ich bin nicht hinten. Achtung. Ich bin nicht hinten. Da gab es früher auch, ne? Ja. Ich habe nur vorne gestanden und dann einfach die Buten abgestaubt. Insagi. Insagi? Filippo Insagi. War auch so einer. Achtung hinten aufpassen. Oh, Mann. Tor. Tor. Oh, ja. Tor, Tor. Freie Bahn, ne? Freie Bahn, absolut. Absolut. Nach meiner wunderbaren, gewollten Vorlage. Ich bin schon abgedreht, weil ich wusste, dass den Kriegsen habe ich schon mal auf dem Weg nach vorne gemacht. Ja, ich bin hinten Barry. Oh, Kidau. Oh, der kommt auch ins Tor, oder? Locker. Ah, nicht ganz. Ah, noch nicht ganz. Ah, sie sind demoralisiert. Wir führen 2-0. Hat man vor uns auch und dann ist es ein knappes Dress reingeworben und dabei auf unsere Linie lag. Pst, war doch nicht alles. Ach ja, der Barry. Oh, der kommt. Moment, ich mache mich bereit zum Abstauben. Lass mich. Warte. Ja, mach. Ah, Mist, der war schneller. Ich habe absichtlich zurückgespielt, weil er dann flach ist. Und das war, glaube ich, dumm. Aber wir haben Rikos im Tor. Besten Torwart der Welt. Meistens klappt es. Besten Torwart der Welt. Der Torwart de la Muerte. De la Muerte? Ich bin ja nicht der Torwart des Todes. Doch. Nein. Der beste Torwart der Welt. Der Torwart de la Muerte. La Muerte heißt der Tod. Ich weiß. Das Tode. Du tötest alle Stürmer. Deswegen. Alter, das ist nicht normal. Wie kommt er in die Belly? Oh Gott. Oh, ich mache mich schon mal wieder in die Abstauberposition. Nochmal. Ah, der kommt auf Abstand. Ah, nee. Ah, nee. Ach, sorry, Zellos. Barst, barst. Ob, mach. Hm. Ah, das war dumm. Ich glaube ich zerstöre jetzt nur noch und staube vorne ab. Das ist meine Bestimmung in diesem Spiel. Okay. Achst du, ich gehe durch? Ja, mach. Hat er gehalten? Ich bin da hinten. Bin da. Mhm. Danke. Wer hat wieder abgestoppt? Barry. Guck mal hier. Guck mal ganz entspannt. Alle springen vorbei. Freie fahren. Freie fahren. Ei, 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 ei. Damit kannst du, nicht mal du kannst nicht damit rüben, Barry, wenn du das gerade gemacht hast. Wieso? Ich habe doch einfach abgestoppt. Hallo? Ja, aber das war ja nicht mal, das war ja. Ja, als Filippo Insagi und Ulf Kirsten solche Dinger früher gemacht haben, die haben auch nur doof rumgestanden. Das ist die Kunst eines Stürmers, zu stehen da, wo der Ball hinkommt. Oh, der ist, oh, fast drin. Forsten, Forsten. Superman kann fliegen, Batman hat Geld und ich kann abstauben. Ich hätte für eine Reinigungsfirma arbeiten sollen. Oh, was? Ich habe mich verfliegt. Ja, scheiße, mein Fehler. Bade. Ich habe ein bisschen zu weit nach links gelenkt beim Hochspringen. Mhm. Ja, bade. Habts gesehen. Ich bin kurz nicht hinten. Okay. Barry, eine Runde kurz. Ich versuche hinten abzustauben. Klingt schlecht. Bin da. Bin ein bisschen aus der Übung, was das Halten angeht. Mann, Mann, Mann. Ah, das ist widerwärtig. Wie war das? Lieber mit neun Mann als mit neun Mann oder sowas? Lieber mit neun Mann als mit neun Mann. Ich fand dich so witzig, als du das erzählt hast von deinem Volleyball oder Fußballtränen. Fußball war das damals, ja. Beim Volleyball ist man nur zu sechst. Ah, wusste ich doch. Wusste ich doch. Kommt der in die Mitte vielleicht? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Abstaubervorlage. Ungünstig berührt. Warte, warte. Aber naja. Ich geh. Jo. Kommt, ihr müsst, ihr müsst. Ich fahr wieder hinter. Also. Nein, ich hielt dich getroffen. Scheiße. Aber es war potenzial auch ein Abstauber. Der zwar nicht drin war, aber... Oh, der ist drin, der ist drin. Echt? Der ist drin. Abstauber. Richtig Abstauber. Ich guck mal, wie ich Timo geflogen bin. Ich dachte, er kommt dran, er wollte den abfangen, wirst du? Wie geil. Ich. Wer kann denn damit rechnen, dass die nicht rangehen? Ich bin hier drauf. Ach ja. Herrlich. Kommt vor, ihr könnt. Jo. Ach. Na, verdammt. Verdammte Axt. Na? Ja. Aber der Rickus hält den souverän. Geh mit. Achtung. Kommt in die Mitte? Nein, ich war nicht da. Ah, schönes Tor, Rickus. Der hat jetzt ringsum so reingerollt. Schönes Eigentor. Eigentlich muss eine Vorlage machen. Ja. Hast du einen schönen Winkel erwischt. Gefühlt stand ich dort, aber ich hatte keinen Speed mehr. Guck mal, da hat er auch nochmal nachgeholfen hier an der Stelle. Kommt alle drauf. Ja. Alles. Töten. 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 Juhu. Ich fliege. Ach, da machen wir noch ein Tor draus. Okay, los. Ah, ich hab's verkackt. Ja, ich weiß. Gut, damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Macht's gut. Und tschau. Ja. Ja. Oh, wow.